Gibt's auch nur süß ohne sauer? Nein. Ja, dann süß-sauer. Kann sonst noch sein? Ja, dann darf's sonst noch sein. Diesen Crispy Chicken Caesar. Was hat's denn da drin? Also ein Süßsalat. Und mit einem Fleischkorn. Also crispy, so richtig crispy. Also auch ein Chispy Cricken. Ne, den möchte ich nicht. Ich hätte noch gerne eine kleine Pommes. Eine kleine Pommes? Und dann nochmal einen Big Mac und einen Cheeseburger. Jetzt habe ich zwei Big Macs, einen Cheeseburger, ein Chicken Nuggets, ein Small Pommes Frites. Das ist gut. Dann noch eine grosse Cola. Ja, eine grosse Cola. Und nochmal eine grosse Cola. Und nochmal einen Cheeseburger. Und nochmal einen Cheeseburger. Das wär alles, danke. Das wär alles, danke. Das wär alles. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.